Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Immortals Fenyx Rising. Heute wahrscheinlich einer der besten Zorn der Natur Skillungen, wie ich es ja schon angekündigt habe. Das war uns, sag ich mal, zu jeder Fähigkeit oder zu jedem Hauptangriff, also hier Bogen, Axt, Schwert und halt eben Zorn der Natur. Natürlich könnte man das noch erweitern, auch hier auf die anderen Angriffe hier, wenn man viel mit Heldenhafter Aufstieg spielt oder Dash. Ja, aber im Prinzip ist es ähnlich zu spielen. Das habe ich ja alles schon mal, sag ich mal, so halbwegs erklärt, wie das funktionieren kann. Das sollte eigentlich dann auch aus den folgenden Parts klar werden. Ja, ich habe mich für folgende Skillungen entschieden, dass wir diese Sachen hier drauf haben. Also hier Betäubung, das wird nochmal verstärkt hier auch durch die Ausrüstung, durch das Schwert, Beißender Wind. Ich werde das auch gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen. Dann haben wir hier ein bisschen Ausdauererhöhung drauf. Dann haben wir die Chance drauf, dass sich Zorn der Natur halt komplett wieder auffüllt bei Einsatz mit 12% Chance. Das Ganze haben wir dann auch wieder mit einer Krone oder hier mit einem Helm verstärkt, sodass wir da auf 20% Chance bei einem Schuss kommen, dass sich die Ausdauer komplett refreshed. Also es ist mega nice. Man kann rein theoretisch mit noch weniger Ausdauer spielen, als ich das hier gemacht habe. Dann habe ich hier die Rüstung des Ozeansoldaten drin mit kritischer Trefferchance, auch wieder mit 4%. Ist gar nicht mal so hoch, wenn man kritische Chance auf den Ausrüstungsteilen hat, ist es im Endeffekt. Normalerweise müsste es 6 oder 8% sein. Ich glaube 6% ist diese größere Chance, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber es ist leider aber nur 4%, also die kleinere Essenz praktisch wird dort genutzt. Trotzdem ist es halt ganz nice. 4% haben oder nicht ist halt schon ganz geil. Dann hier finde ich mega nice halt Wintergrund, die Axt, verringere die Ausdauerkosten um 25%. Das heißt, wir haben noch mal eine höhere Chance letzten Endes, dass irgendwann in unserem Ausdauerfenster sich die Zorn der Natur komplett refreshed. Ist halt mega nice. Betäubung habe ich glaube ich schon erwähnt. Und dann der Bogen, da war halt Gift drauf. Fand ich halt ganz nice im Gegensatz zu einfrieren oder sowas. Hilft das halt noch ein bisschen. Rein theoretisch könntet ihr auch einen anderen Bogen auswählen. Das werden wir gleich uns noch ein bisschen genauer angucken. Ich will jetzt mal einen Kampf zeigen. Ich bin mal hier an diese Truhe gegangen, die ist noch offen. Ich denke, da führen drei Wege halt nach rechts, links, oben, unten. Und dort sind immer ein paar Gegner und ich denke, die müssen wir halt weg machen. Und dann machen wir das mal und dann seht ihr halt, wie stark das ist. Also wir refreshen, ich lasse mich absichtlich hitten. Wir refreshen halt mega Leben, das seht ihr hier. Wenn Gift drauf ist, ist es auch ganz nice. Zieht die so ein bisschen runter. Wir sind eigentlich unsterblich, es ist mega nice. Und es ist auch ein absoluter Bosskiller. Da mit so einer ähnlichen Skillung sind wir ja zum Endboss gegangen. Wir haben noch ein bisschen was auf Ausdauer, wie ihr seht. Achtet auch mal auf meine Ausdauer. Habe ich jetzt gerade gemacht. Hier, die ist immer voll. Also ich könnte noch mit weniger Ausdauer da loslaufen. Was heißt ich mit einer Halbbalken oder sowas. Das dürfte eigentlich auch reichen. Ja, definitiv. An der Halbbalken loslaufen. Und den Rest noch auf Crit dann auslegen. Also nochmal orangene Felder da reinsetzen. Oder grüne bei der Poseidon Position. Um halt mehr, sag ich mal, Crit-Schaden zu haben. Ihr seht es ja. Ich mache gar nichts. Ich schalte einfach mit Zorn der Natur da drauf. Und das war es. Also es ist mega, mega, mega nice. Ist wahrscheinlich, muss man ehrlich sagen, die beste Skillung im Spiel. Gehe ich davon aus. Ja, wie man... Ach so. Jetzt sind hier noch ein paar Gegner. Machen wir die auch noch weg. Super geil. Dann sehen wir das gerade auch wieder. Auch sehr, sehr starke Gegner. Ich habe mich jetzt gegen Kettenblitz und so entschieden. Ich glaube, das hätte ich auch machen können, wenn ich den Crit-Schaden rausgenommen hätte. Da hätte ich da können Kettenblitz noch mit reinholen. Das sehen wir uns gleich noch an. Was für optionale Möglichkeiten es da noch gäbe. Je nachdem, was für Ausrüstung ihr habt. Und man könnte, glaube ich, den Lebensraub noch mit reinholen. Allerdings hat mir das nicht so gut gefallen, weil ich gedacht habe, wir haben hier genügend Lebensraub. Es reicht auch, mit den drei Extra-Leben zu spielen und mit so wenig Gesundheit. Das reicht völlig aus. Ja, Hauptsache, wir haben noch ein bisschen Crit-Schaden und Crit-Damage drin. Das könnte man natürlich, wie ich schon sagte, noch ein bisschen optimieren. Oder je nachdem, wie man halt spielen möchte, ein bisschen safer oder unsafe. Noch offensiver kann man das dann halt eben wählen. Es ist halt mega nice und könnte sich da noch was anderes reinholen letzten Endes. Ich habe es jetzt so gespielt und finde es so eigentlich mega geil, weil es, ja, ihr seht es ja kolossal einfach ist. Das sind ja hier absoluter Endgame-Gegner, die uns hier in den Weg gestellt werden und, ja, die wir einfach so weg machen. Die eigentlich null Chance mehr haben, die ständig betäubt sind, nichts mehr regeln können und so weiter. 40% Chance, glaube ich, zu betäuben oder sowas pro Schuss. Das ist also auch relativ heftig, wie man sieht, die sitzen eigentlich ständig da rum. Ja, absolut easy. Ja, jetzt ist auch die Kiste freigeschaltet. Also war auch tatsächlich das Rätsel's Lösung hier mit der Kiste. Wunderschön. Ja, hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Habe ich jetzt mal so zusammengestellt. Ich werde gleich noch ein bisschen was genauer zeigen. Wir gehen mal zum Altar und dann zeige ich das noch genauer. Und da kann man sich eigentlich für seine eigene Skillung da schon viel rausziehen. Also macht nicht den Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, dass man halt hingeht und irgendwie auf diese Zusatz-Loot-Chance spielt oder sowas. Da verliert man viel zu viel Crit, Crit-Damage, Leben, Ausdauer, alles Mögliche. Das ist halt diese Poseidon-Position in der Skillung und dort müsst ihr halt schon schauen, dass die anderen Werte drin sind. Ja, wichtig, die Buffs, die ich halt hier noch nutze, ist halt hier Gunst des Zeus, erhöht den Schaden für Heldengaben, ist halt mega nice. Und Bewegungsfähigkeiten, dass ihr besser klettern, fliegen, schwimmen könnt oder beziehungsweise länger, das macht auf jeden Fall Sinn. Und man könnte hier noch Defense reinmachen. Die drei Extra-Leben, habe ich ja auch schon öfter erwähnt, sind letzten Endes nichts anderes als Gesundheitsverlängerungen sozusagen. Dann muss ich nicht so viel auf Gesundheitsskillen. Ja, und so habe ich mich dann entschieden, halt die Punkte zu setzen. Also ich rede ja die ganze Zeit von dieser Poseidon-Position hier. Das ist ja die Position, die alle Fähigkeiten des gesamten Heldens sozusagen verstärkt oder die den Held komplett verstärkt halt eben. Ihr könntet halt eben hingehen und könntet jetzt so ein stärkeres Ausdauerfeld, wie ihr zum Beispiel hier in der Position das Blaue, könntet ihr rausnehmen und nochmal Grün oder Orange einsetzen, um nochmal mehr auf Crit oder Crit Damage zu gehen. Das könnte man halt machen. Ich gucke noch gerade so drüber. Reintürig könntet ihr auch dieses eine Lebensfeld hier noch wegnehmen. Ich glaube, den spiele ich komplett ohne Lebenserhöhung. Ich glaube, das geht auch, wenn man... Ah ne, da unten habe ich eine größere drin. Das kann man schon machen, aber so eine kleine, die könnte man noch rausnehmen und noch mehr auf Damage gehen. Und ansonsten habe ich halt die Positionen hier drin, wie ich eben schon gezeigt habe. Hier, das ist natürlich sehr, sehr stark. Da könntet ihr, wenn ihr noch nicht so weit seid, das ist ja Endgame-Kram, also absoluter Endgegner besiegt, da könnt ihr ja zum Beispiel sowas einsetzen. 30% bei einem Treffer 100% eines Gesundheitsfeldes aufzufüllen, reicht halt auch absolut aus. Ja, so habe ich da geskillt. Auf die Werte komme ich da, könnt ihr euch ja selbst durchrechnen, was ist das für eine Crit-Chance. Hier nochmal 4%, nochmal 4, nochmal 4, hier 6%. Also ist schon einiges an Crit-Chance. Pima, Daumen, 30, 36%. Crit-Chance, keine Ahnung, jetzt ganz grob so zusammengerechnet. 100, ungefähr 100%. Crit-Damage müsste es sein. Hier haben wir einmal Crit-Damage drin mit 45%. Dann hier unten nochmal 45%. Und habe ich es noch irgendwo, ich glaube es müsste noch irgendwo sein, wenn ich nicht haben, mal 9, ah und hier nochmal. Ja. Ja, das sind die Crit-Damage-Positionen, also weit über 100%. Crit-Damage-Erhöhung ist also auch absolut nice und so spielbar. Ja, gehen wir noch ganz kurz auf die Ausrüstung nochmal kurz drauf. Und so würde ich es euch empfehlen halt mit den Sachen. Vielleicht noch kurz die Alternativen durchgehen. Also wir haben hier Zorn der Natur drauf. Auffüllung finde ich halt schon sehr, sehr wichtig. Damit könnt ihr euch rein theoretisch halt ein bisschen Ausdauer sparen. Weil halt eben die Ausdauer mit einer gewissen Chance aufgefrischt wird. Das sind glaube ich hier 8%. Und dann wie gesagt oben in der Fähigkeit in dem oberen Slot dann auch wieder eine rote Essenz reinsetzen. Habt ihr ja gesehen. Was könnte man noch machen? Ja, natürlich könntet ihr auch Alternativen-Kram hier reinmachen, wenn ihr dann sagt, okay, wenn jemand vorbeikommt, den ich mal wegnocken muss, mache ich hier mit Axträgerin Schwächung oder sowas. Das ist natürlich immer euer Ding. Aber ich habe jetzt so die Spezial-Sachen da reingenommen. Ich glaube, das hier hatte ich noch oft. Hier Kettenblitz statt Auffrischung. Habt ihr ein bisschen mehr Damage? Habt halt nicht die Auffrischung. Könnte auch funktionieren. Könnt ihr probieren. Habe ich ja gemacht. Geht sicherlich mit der Ausdauer, die ich da habe. Also könnte man auf noch mehr Damage hier gehen. Ist sicherlich möglich. Müsste eigentlich definitiv möglich sein mit der Ausdauer, die ich da habe. Da habe ich 12% Chance auf Auffrischung. Geht auch absolut klar. Ja, habe ich auch lange Zeit so gespielt. Das wäre so die Alternative. Und ich glaube, die Krone hier kriegt man auch relativ früh. Und dann könnt ihr Zorn der Natur mit eben Kettenblitz spielen. Ja, da habe ich diese Brustplatte hier gewählt. Was war da drauf? Zorn der Natur kritische Chance. Ich habe lang mit der hier, glaube ich, gespielt. Genau, Lebensraub drauf. Und dass die Axt auch wieder verstärkt wird hier mit Kettenblitz. Also die kann man auch sehr, sehr gut spielen. Ist sicherlich kein Fehler. Verliert ihr ein bisschen kritische Chance. Ihr habt hier eh massiv kritische Chance drin. Ob ihr jetzt mit 20, 25 oder halt eben 30% spielt. Letzten Endes ist ja gar nicht so wichtig. Wie gesagt, dann könntet ihr hier nochmal verstärkt auf Lebensraub gehen. Und die Axt noch stärken. Oder ihr könntet die Rüstung hier nehmen. Die finde ich auch nicht schlecht. Die habe ich ja auch schon vorgestellt. Die kletternde Heldin ist halt da richtig gut. Dass ihr halt da relativ gut die Berge und so weiter hochkommt. Das ist ja schon wichtig in dem Game. Gucken wir nochmal ganz kurz drüber. Sonst ist glaube ich da nichts so krasses, was man da machen könnte, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal so behaupten bei dem, was ich da gefunden habe. Ich müsste ja rein theoretisch alles gefunden haben. Gehen wir noch auf den Bogen. Da habe ich mich, wie gesagt, für Gift hier entschieden. Könnte man auch, was haben wir hier noch? Gleiten mit Phosphorausdauer. Sicherlich auch interessant. Wenn man jetzt sagt, der Giftschaden da, der ist so unrelevant. Sonne, Natur, Einfrieren würde ich definitiv nicht wählen. Weil wenn die Gegner eingefroren sind, stehen sie nur doof rum. Ihr könnt sie nicht attackieren. Das ist halt sehr, sehr nervig. Genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen sie ja definitiv dann besiegen. Dann, was haben wir noch? Ist da irgendwas? Ich glaube nicht. Also diesen Punkt hier könnte man definitiv ändern, dass ihr, was weiß ich, hier mit sowas spielt. Und dann Axträgerin, Lebensraub. Dass, wenn ihr dann mit der Axt mal zuschlagen müsst, dass ihr da Lebensraub drauf habt oder sowas. Das kann man definitiv machen. Oder halt Gift, wie ich es jetzt gemacht habe oder sowas. Also der Bogen ist, denke ich mal, variabel einsetzbar. Was haben wir hier drauf? Das war Zorn der Natur. Kostenverringerung halte ich schon für enorm wichtig. Sind auch, glaube ich, auch 25%. Wir haben ja definitiv diesen Slot besetzt mit dieser Zorn der Natur Ausdauer Refresh. Also, dass die 12% oder 8%, je nachdem, was für eine Essenz ihr habt, Zorn der Natur da oder die Ausdauer wieder hergestellt wird. Dann finde ich das hier schon sehr wichtig, weil man diesen Slot in dem Sinne dann wieder besetzen kann. Dann mit Kostenverringerung. Das spart uns schon jede Menge Ausdauer. Ansonsten, wenn ihr die Axt noch nicht habt, könntet ihr halt auch mit welcher anderen spielen. Keine Ahnung, müsst ihr mal kurz gucken. Ich glaube, die hier hatte ich lange genutzt. Ja, da war aber Betäubung drauf. Was haben wir hier noch? Flächen, hier Bogenschützen. Ne, ist auch nichts. Ich glaube, Axt ist dann relativ uninteressant. Auch wieder flexibel einsetzbar. Ja, dann spielt, würde ich sagen, ist nur die eine da wirklich gut. Könnt ihr dann auch nochmal so ein bisschen switchen, was für sekundäre Fähigkeiten ihr praktisch einsetzen wollt. Aber ansonsten finde ich das hier schon eine super Axt. Auch für den Bogen zum Beispiel generell, wenn man da so auf Fernschuss spielen will, ist das, denke ich mal, schon nicht schlecht. Ja, gehen wir noch aufs Schwert. Das war, glaube ich, nochmal relativ fest besetzt. Genau hier, das ist sehr wichtig. Beißender Wind, Betäubung, Schwertblitz, Kettenblitz ist natürlich gut. Heldenhafter Aufstieg rein, theoretisch mal gratis nutzungsmöglich sozusagen. Das Ding hier ist super schlecht. Was haben wir noch? Hätten wir eine Alternative? Ich weiß es nicht. Axträgerin Luft fand ich halt nicht schlecht. Kann man machen. Auch wenn man mit Axt und Schwert zum Beispiel spielt, ist das hier natürlich sehr, sehr gut und kommt, glaube ich, sehr, sehr früh. Ist, glaube ich, sogar das erste Schwert, das man findet oder sowas. Ja, wäre definitiv möglich. Ja, was haben wir noch? Ne, das ist eigentlich auch egal. Also ihr seht, es ist eigentlich viel an der Rüstung oder Ausrüstung veränderbar. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Da wird das Bild halt leicht schwächer. Ist trotzdem super einsetzbar. Und ihr könnt halt viel auf sekundäre Sachen halt eben gehen. Wichtig ist wirklich nur, dass ihr halt bei der Skillung halt drauf achtet. Meines Erachtens nach, das ist natürlich auch, wie so oft, ein bisschen Geschmackssache. Aber ich würde schon sagen, dass die Punkte halt absolut wichtig sind. Und hier mit Lebensraub, dass da Lebensraub drauf ist, würde ich schon als wichtig empfinden. Auch wenn ihr die Gegner da zusammenziehen könnt oder so irgendwas. Ich glaube, das geht noch hier irgendwo. Müsst mal gucken. Ich glaube, das war hier auf dem Slot. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, und müsste ich mal gerade gucken. Das war, glaube ich, hier, oder? Zusammenziehen. Also, nee, Kettenblitz habe ich hier gerne gespielt. Was gab es da noch für Möglichkeiten? Ja, hier, so ein Flächenschaden. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so geil. Ja, immer noch Flächen. War das noch Flächen? Nee, Moment, jetzt bin ich gerade irritiert. Ach so, Betäubung. Nee, Flächenschaden. Okay. Was haben wir hier? Ach so, Gift. Ja, egal. Finde ich jetzt nicht so geil. Immer noch Gift. Nee, ja doch, Gift. Moment, wo war das? Ach so, Durchschlagskraft finde ich auch super schlecht. Ja, und dann halt hier Lebensraub. Wo war das mit dem Zusammenziehen? Ich glaube, das war bei Betäubung. Könnte man natürlich auch spielen. Das musste ich mal gerade gucken. Wo war das gewesen? Also, Einfrieren ist super schlecht. Würde ich nicht empfehlen. Zurückzustoßen ist schlecht. Oder empfinde ich mal als schlecht. War Rot zusammen. Nee, war Betäubung logischerweise. War Orange zusammenziehen. Ah, genau. Hier. Essenz der Luft. Das könnte man noch machen auf diesem Slot. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht getestet. Könnte auch relativ nice sein, da immer die Gegner zusammenzuziehen und nicht auf die Betäubung zu gehen. Ich glaube, sonst gibt es auch keine Möglichkeit, das zu machen. 20% Chance ist halt auch ständig. Man wird eigentlich immer die Gegner zusammenziehen. Ist, denke ich mal, auch geil, da mit Essenz der Luft zu arbeiten. Mache ich mal bei der Bogenskillung, die als nächstes kommt. Da werde ich das wahrscheinlich mal machen, mit dem Zusammenziehen zu arbeiten. Gerade, weil man damit zusammenziehen und Kettenblitz viel machen kann. Müssen wir mal gucken. Das könnte auch witzig werden. Ja, das könnte man noch so als Alternative machen. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich halt... Kettenblitz ist halt beim Bogen generell schon irgendwie so mit drauf und drin. Auch bei dem Item, das man da findet. Und was hier sehr, sehr wichtig ist, ist halt hier Auffüllung. Darauf bezieht sich im Prinzip der ganze Bild. Auffüllung hier rein. Und dann halt viel Crit und Crit Damage in die Poseidon-Position, wie ich es ja schon gesagt habe. Ja, das war es dann so von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Für Leute, die mit den Skillungen nicht so klarkommen, habe ich ja auch schon ein Video, glaube ich, gemacht. Generell zur Skillungserklärung, wie das generell läuft. Könnt ihr euch auch noch reinziehen. Ist nicht lange her, wie das halt generell hier abläuft. Poseidon-Position ist halt nun mal das A und O. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.